So, und willkommen zu wieder in einem Part von Rocket League. Ich habe mein Auto dazu verändert, ich habe keinen Dachaufsatz, keine Antenne. Und so spielen wir jetzt. Wir müssen noch 50 Schüsse machen. Davon haben wir 35 geschafft. Da reicht noch 15. Ich weiß nicht, was ein Schuss ist. Ob das Torschüsse sind, ob es jetzt, keine Ahnung. Ob das Schuss ist, wenn ich den Schuss nur schieße, also im Auto halt die Ball brühe und schieße. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird. Ich schätze mal, es handelt sich wirklich um Torschüsse. Ja, ich... Ja, die sind geil. Die gefallen mir. Sehr gut. Weil wir vor dem... Ja, vor dem Video haben wir mal die... Rocket League Belohnung durchgeguckt. Also für die vom... Premium Pass. Und die sind ziemlich geil. Ich werde immer so viele 4 gegen 4 Spiele finden. Und so nur 3 gegen 3, jetzt noch 4 gegen 4. Ok. 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 Oktoberfest ist es nicht so meine Map Alter Scheiße Wäre es schön gewesen Er hat fast ein Tor gemacht Fast Fast Was soll ich denn machen? Scheiße! Warum ist das meine Schuld? Ich kam nicht mehr dran, ich habe mich nicht gebußt Scheiße! Alter! Was soll ich denn das machen? Ich 3. Ich 3. Schwung! Ja, wow, jetzt kommt! Es ist ein Witz. So nicht. Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht so einfach. Ah, scheiße. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. doch nicht in den ersten den 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 Nein! Nein, ist das... Ja, ich wollte nur noch einen... Mann! Schade Sehr, sehr schade Sehr, 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 sehr Ob das Titelmatch ist, keine Ahnung Kannst du das sagen Gut, jetzt läuft der Scheiße, läuft dann beendet Das ist ein Double-Eleven-Match Naus Naus Ende So, das war's Bis zum nächsten Mal, nicht vergessen Müsst ihr mich mal kommentieren Teilen und mich abonnieren Bis zum nächsten Mal, Tschüss Bis zum nächsten Mal, Tschüss Tschüss